Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Mittelfeldspieler Jonas Hofmann haben ihren Vertrag vorzeitig um weitere drei Jahre bis 2023 verlängert. Die Einigung mit dem 26-Jährigen bestätigten die Rheinländer am Dienstag. Hofmann war 2016 vom Liga-Rivalen Borussia Dortmund zum fünfmaligen Meister gekommen. In der laufenden Saison gehörte der gebürtige Heidelberger überwiegend zu den Anfangsformationen von Trainer Dieter Herking. In 25 Saison-Einsätzen bringt er es auf sechs Tore und sieben Assists. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga Dieser Top-Club beobachtet Süleind. Fußball, Premier League Baden, Wahnsinn auf zwei Beinen Fußball, Bundesliga ist konnte eine Option für Bayern. Fußball, Bundesliga lange Sperre für Spuckattacke Fußball, Bundesliga da da bald nicht mehr Hertha Coach Let's Block ads. Why? Fußball, Bundesliga, Bundesliga.